Na jetzt liegt die Dame vor uns. Das war eine lange Reise. Ein Jahr haben wir an diesem Projekt entwickelt und nachgedacht und viel geforscht. Und ich hoffe, dass die Dame heute Luxus neu definiert. Die heutige Zeit ist natürlich geprägt durchs Digitale. Und wir sind alle digital unterwegs. Digitalität ist nicht die Zukunft, sondern ist die absolute Gegenwart. Und wenn man in dieser Gegenwart etwas Neues, Publizistisches im Print in die Welt setzt, dann kann es nur super analog sein. Dann kann es nur etwas sein, was man auch anfassen will, was die Schwere hat, was riecht, was unterschiedliche Papiere hat, was Prägungen hat. Etwas, was man wirklich spüren muss, spüren will. Und das kann man natürlich nicht digital. Und deswegen hat es eine analoge Berechtigung. Die Dame hatte in den 20er Jahren immer eine große Beziehung und fast schon Freundschaft zu der künstlerischen Szene Berlins. Diese Tradition wollten wir umsetzen und weiter fortsetzen in der Gegenwart. Ich habe zwei sehr unterschiedliche Künstler gefragt. Einen Fotografen und einen tollen Maler. Beim Maler dachte ich, oder ich habe ihn gebeten, die schönsten Frauen zu malen, weil Martin Eder ist dafür bekannt, dass er wahnsinnig wunderschön aquarellieren kann. Und er hat gesagt, nein, ich male nicht für Damen oder Mädchen, sondern ich male Männer. Das erste Mal, dass er so etwas gemacht hat. Thomas Ruff interessiert uns, weil er so konzeptionell arbeitet. Also nicht etwas selbst macht oder fotografiert, sondern sampelt und konzeptionell aussucht. Also uns war sehr wichtig, kein Retro-Produkt zu machen und nicht die Dame einfach zu kopieren. Was hat die Dame damals so besonders gemacht? Das war vor allem, dass sie den gängigen Lesegewohnheiten etwas entgegengesetzt hat. Wir haben uns gefragt, was ist das heute? Wir sind heute kleinteilig. Wir wischen, wir klicken, wir konsumieren ständig Bilder, kurze Textformate. Wir haben inzwischen Bildmarken, wo steht, Lese dauert zwei Minuten, vier Minuten. Und diesen neuen, heutigen Lesegewohnheiten etwas entgegenzusetzen, das war uns wichtig. Die Dame ist auf alle Fälle ein Liebhaber-Produkt, weil wir es mit ganzer Leidenschaft gestaltet haben. Aber wir sind natürlich auch angetreten, von der ersten Ausgabe an auch wirklich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Bei Axel Springer erscheinen ja, wie ich finde, mit die schönsten Marken im Lifestyle- und Kunstbereich. Aber die Dame ist wirklich etwas ganz anderes. Das Konzept ist vollkommen unik. Das heißt, diese Mischung aus Kunst, Kultur, opulenter Mode, Reportage, Kommentar, das ist einfach etwas ganz Einmaliges. Und, was dazu kommt, ist, dass die Dame ja auch kein Monatsmedium ist. Das heißt, dieses ganze Konzept ist eigentlich für ein typisches Biannual angelegt. Und ich glaube, deshalb unterscheiden wir uns ganz maßgeblich von anderen Marken des Hauses. Haben ganz viele verschiedene Leute an den Tisch gebracht. Haben eben erstmal Christian Boros angesprochen als Herausgeber. Haben dann mit ganz vielen der Welt Edelfedern zusammengearbeitet. Auf die Texte, die wir ganz stolz sind. Und ehrlich gesagt, ich bin bis hin zur Herstellungsleitung, der dann mit großem Engagement an der Druckmaschine stand. Und ehrlich gesagt, alle Stunde Fotos von den neu gedruckten Seiten rüberschickte. Also war wirklich Family Affair pur. Wir sind als One-Shot angetreten. Aber dieses unglaublich tolle Team und die Geschichten, die entstanden sind, das hat uns so beflügelt. Und dann kam auch noch dieser unglaubliche Erfolg im Anzeigenbereich dazu, dass wir jetzt sehr happy sind, weitermachen zu können. Und haben im Geiste schon die nächsten Geschichten für die Ausgabe 2 im Kopf.